Hier lang! Hier lang! Achtung, Jumper! Da sind Felsen! Oh ja, oh ja! Er kann gar nicht hinsingen! Was ist jetzt? Hey, worauf wartet ihr noch? Ich hab sie erst gestern entdeckt. Supertolle Höhle, was? Das gibt's doch nicht. Ruby, Spike und Sarah werden Augen machen, wenn sie das sehen. Ja? Mir nicht glauben, dass sie lieber gehen zu Matje Pappephudel und nicht mit uns gegeht. Ich glaube, sie sind da lang gegangen. Das klingt ja wie hip. Du, raus hier! Mir nicht mag hip. Nein, Petri! Hier geht's lang! Hey, wartet auf mich! Hey, Freunde! Wer ist Hip? Und wieso laufen wir vor ihm weg? Hip und seine Freunde Dussel und Schnarcher sind die größten Ärgermacher im großen Tal. Manchmal können sie ganz schön gemein sein. Oh ja, das können sie, das können sie! Sie sind hier irgendwo! Ich kann sie hören! Hier, der Weg sieht gut aus. Ja, der sieht gut aus. Seid vorsichtig. Nicht, dass wir auf eins von diesen Eiern treten. Eier? Eier? Was denn für Eier? Freunde, das sind nicht nur irgendwelche Eier. Das sind Schnellschnapper-Eier. Schnellschnappers? Schnellschnapper sind Schafzähne! Machen wir Rührei draus! Hey, das könnt ihr nicht machen! Rüh sie nicht an! Rüh sie nicht machen! Wir haben sie gefunden, also können wir entscheiden, was wir mit ihnen anstellen. Seid ihr sicher, dass das, was in den Eiern ist, euch nicht fressen will? Naja, sie sind noch nicht geschlüpft. Aber wir können Schafzahneier nicht so dicht beim großen Tal lassen. Es ist zu gefährlich. Dann bringen wir sie weg! So weit weg vom großen Tal, wie es nur geht! Aber wir können die Eier doch nicht von ihrer Mutter wegnehmen! Oh nein, nein, nein! Was ist, wenn Eier-Mami kommt und nach die sieht? Ich hab' ne Idee! Wir benutzen Petri als Lockvogel für die Schnellschnapper-Mutter! Dann kann der Rest von uns ne Fliege machen! Das ist eine ganz schön gemeine Idee! Oh ja, oh ja! Was denn? Er kann fliegen, wir nicht? Wartet! Hip hat mich auf eine Idee gebracht! Oh nein! Ach ja? Hör zu! Eine Mutter wird immer ihren Eiern folgen, richtig? Mhm! Also können wir mithilfe der Eier die Mutter vom großen Tal weglocken! Und Schnellschnapper uns folgen! Mit Absicht Dick! Du hast sie doch nicht mehr alle! Das hast du gut gesagt, Hip! Ja, der hat einen Knall! Ha ha ha! Wieder! Die Schnellschnapper-Mutter verfolgt uns, egal wo du die Eier hinrollst! Genau, darum geht's ja! Also für mich ist das ne Schnapsidee! Ich wünsch euch viel Spaß! Ha ha ha! Ha ha ha! Wenn wir die Eier wegbringen wollen, brauchen wir jede Hilfe, auch eure! Wenn ihr nicht helfen wollt, könnten die Schnellschnapper jemandem von uns wehtun! Vielleicht tun sie auch euch weh! Und das wollt ihr doch nicht zulassen, oder? Ach, na schön, wo ist mein Ei? Wir müssen die Eier an einen Ort legen, der so ähnlich ist wie dieser! In dem großen Berg da ist eine Höhle, die ist gerade richtig! Na schön, bringen wir die Eier da hin! Aber das... Das ist ganz schön sehr weit weg! Je weiter, desto besser! Oh ja! Es... Es bewegt! Ob der Nestling jetzt schlüpft? Nein, noch nicht, aber wir haben nicht mehr viel Zeit, bevor es losgeht! Ein Schaufzahn! Vielleicht ist das die Mutter, die nach ihren Eiern sucht! Klingt, als wäre sie ganz in der Nähe! Dann sollten wir uns beeilen! Los, kommt! Ja! Ah! Ich hab ja gesagt, sie ist in der Nähe! Ja! Wie ist sie das? Ist das die Eiermutter? Ich würde sagen, ja! Und sie will ihre Eier zurückhaben! Na schön! Hip und ich werden sie ablenken! Und die anderen versuchen, den See hinter den Bäumen zu erreichen! Da treffen wir uns dann! Ähm... 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 Jetzt komm schon, Hip! Reiß dich zusammen! Hey! Hier drüben sind wir! Sieh mal, was wir hier haben! Schnell! Renn zu den Bäumen! Geräusche! Ah! 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 wenigstens hat er sie abgelenkt das ist meine chance nein verzieh dich nein holen nein 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 lasse mich in Ruhe haltet ihr kipp kipp fang auf kipp schon gut also danke gleichfalls was das Ihr habt es geschafft, oh ja, ihr habt es geschafft Wir haben zusammengehalten, das war super gut Was stehen wir denn hier rum, wie angewurzelt? Wenn wir uns in drei Gruppen aufteilen, dann kann die Schnellschnapper-Mutter uns schlechter verfolgen Mir reicht's, ich hab keine Lust mehr, ein Leckerbissen für die Schnellschnapper zu sein Geht in Richtung Tal an der düsteren Weide vorbei Äh, als nächstes seid ihr die Schnellschnapper-Köder Das gute Idee Wir sehen euch im Tal Viel Glück, Chomper Keine Sorge, Littlefoot, das schaffen wir schon Denn ich weiß, wie Schafzähne denken Es geht am schnellsten, wenn wir direkt durchs Wasser gehen Bist du bereit, Dussel? Hey, alles wird gut, wir brauchen nur irgendwas, das schwimmt für das Ei Ah, für mich brauchen wir auch irgendetwas, das schwimmt Was soll das heißen? Ich, ich bin kein sehr guter Schwimmer Kein Problem, ich bin auch nicht gerade der beste Schwimmer Vorhin mal sehen Das müsste gehen Und jetzt komm, Dussel Wenn du dich hier dran festfällst und schrumpelst, dann passiert nichts So wie ich, siehst du? Hey, Chomper W-w-warte auf mich Ich komm ja schon Pack mein Hinterteil, los! Oh nein, das Ei Ich, ich hab es Gut gemacht, Partner Ja, hab ich gut gemacht Wir haben es geschafft Jetzt müssen wir nur dafür sorgen, dass uns die Schnellschnapper-Mutter folgt Vielleicht kann sie ja auch nicht schwimmen Ich mach sie auf uns aufmerksam Oh-oh, hee-haw! Puh, schnell, rauf damit! Beeil dich, Dussel Zur Weibe geht's da lang Mir weiß nicht, ob Eitagen gute Idee ist Petri, es kann dir doch nichts tun Das ist doch nur ein Ei Das ist es, ja, das ist es Mir nicht Angst vor die Ei Mir Angst vor die ganze geheimnisvolle Jenseits Das ist ganz schön knapp Jetzt hilf mir, Hip Das Ding ist verdammt schwer Mach ich doch Sei froh, dass ich überhaupt hier bin Schnell Schnapper-Eier wegbringen, das ist doch verrückt Aber es muss getan werden Und es hilft unserem großen Tal Ha, wer wäre nicht in dieser blöden Lage, wenn du auf mich gehört hättest Statt auf den kleinen Schafzahn Warum sollte ich das tun? Jumper ist zwar ein Schafzahn, aber er ist mein Freund Äh, Liddlefoot? Und er ist viel netter als du Denn du denkst immer nur an das, was du möchtest Liddlefoot! Das Ei! Hä? Hinterher! Wir treffen uns beide unten Das Ei darf nicht zerbrechen Oh, was du? Äh! �ı! Uf! Wow! Sie ist direkt hinter uns! Sie kommt! Sie kommt! Habet auf uns! Wir sitzen in der Falle! Schnell, Ducky! Versuch, da oben raufzukommen! Ich helf dir! Ich bin oben! Ich bin oben! Wenn wir uns aufeinander stellen, kann Chompa uns die Eier zureichen und wir geben sie dann an Ducky weiter! Und jetzt bringt die Eier in Sicherheit, Freunde! Ah! Dose, du hast mich gerettet! Ja, naja, ich kann doch das Ei nicht allein tragen, oder? Na also, wir haben's fast geschafft! Also, die Höhle, von der ich euch erzählt hab, die liegt direkt hinter der Weide! Oh nein, nicht die schon wieder! Die gibt wohl nie auf! Sie liebt ihre Eier! Oh ja, das tut sie! Genug gequatscht! Lauf! Wir sind da! Kommt alle her! Hier wird sie uns nicht entdecken! Wir sind da! Wir sind da! Wir sind da! Es geht raus! Wir sind da! Hurra! Mama ist wieder bei ihren Babys. Ja, das ist sie. Ja, das ist sie. Vielleicht wir interessanter. Weg hier! Be supporting by The Hahnemann Spur young Woman Man 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 Ja Man Und sie gar nicht sehr grusiglich. Das sind die meisten Babys nicht. Jetzt sind sie bei ihrer Mami. Ja, da sind sie, da sind sie. Vielleicht haben wir doch das Richtige getan. Ja, jetzt muss sich niemand bei uns im großen Tal ihretwegen Sorgen machen. Ja, ja, ja. Danke für eure Hilfe, Jungs. Gern geschehen. Ja, na klar. Ich hätte nie gedacht, dass wir mal miteinander Spaß haben. Ich auch nicht. Ja, na klar. 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 Untertitelung des ZDF, 2020